Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rare Guide präsentieren und zwar geht es um einen speziellen Rare, den wir auf Mechagon haben und den wir auch für das Achievement einen Kolben kürzer benötigen und zwar handelt es sich heute um Doppelgang. Die meisten Rares hier auf Mechagon kann man relativ einfach umholzen, Doppelgang ist da ein bisschen anders, ihn muss man nämlich speziell beschwören und wie das geht will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererste solltet ihr wissen, dass Doppelgang sich hier oben befindet, etwa bei den Koordinaten 81, 21 und ihn müsst ihr beschwören, indem ihr hier bei dieser Plattform an allen drei Röhren quasi ein Ventil anbringt. Und zwar, wie sieht das Ventil aus? Ich müsste eins hier im Ventar haben, wo haben wir es denn? Hier haben wir ein Ventil und zwar ein Überdruckventil heißt das und ihr braucht quasi insgesamt drei davon. Ihr müsst aber nicht selber die drei haben, sondern es reicht auch, wenn ihr eins habt und die anderen beiden Spieler nochmal eins haben oder ihr eine Gruppe habt, wo andere drei Spieler quasi dieses Ventil haben. Das ist vollkommen egal. So, was braucht ihr jetzt genau, um dieses Ventil zu bekommen? Es muss nämlich eine bestimmte World Quest ab sein und zwar bekommt ihr das Ventil aus einem Bausatz raus. Der schimpft sich Wutritts Bausatz und den Wutritts Bausatz, den bekommt man über eine, ja, über eine Daily Quest und zwar heißt die Daily Quest Gawfrey's Construction Frenzy quasi. Und wenn ihr diese Quest habt, bekommt ihr am Ende einen Bausatzkasten und da ist immer ein Ventil drin. Heißt, wenn die ab ist, sucht euch drei andere Leute, die auch diesen Bausatz haben, auch dieses Ventil und dann geht ihr hier quasi hin und bringt eure Ventile so an. Heißt, ihr müsst dann einmal draufdrücken. Ich mache das jetzt, ich habe den Rare schon umgehauen. Dann haben wir hier ein Ventil dran. Wir können da jetzt auch mal noch ein Stück näher rangehen. Dann seht ihr, jetzt ist da ein Ventil dran. Wenn ihr Glück habt, hat da vielleicht jemand anderer schon vorher Ventile hingebastelt. Genau, also eins haben wir jetzt dran. Es müssen insgesamt drei dran sein. Dann kann man hier auch draufdrücken mit Druck ablassen und, ja, sobald drei Ventile dran sind, dreimal Druck abgelassen worden ist, dann kommt hier so ein Button quasi aus dem Boden rausgefahren. Den muss man drücken und dann erscheint der Rare in dem Sinne, dass Abbilder von demjenigen, der den mittleren Kopf gedrückt hat, erscheinen und zwar ewig viele kleine. Die erhebt man schnell weg und man hat quasi den Rare einmal als abgehakt hier. Mehr ist es nicht. Man muss halt immer ein bisschen schauen, dass die Daily ist und sich am besten ein paar anderen Spieler suchen, die das auch haben. Außer ihr wartet natürlich und sammelt bis dreimal dieselbe Daily-Camp diese Ventile zusammen und habt dann drei Stücken. Könnt ihn für euch alleine beschwören. Bleibt sich gleich, aber jeder kriegt, jeder der draufhaut auf diese kleinen Doppelgänger, bekommt quasi auch das angerechnet fürs Achievement. Was speziell ist, soweit ich weiß, droppt der nicht. Zumindest sagt mein Addon auch nichts. Also ist es eigentlich bloß einmal fürs Achievement notwendig. Gut, das war es mit dem Achievement-Guide. Wenn ihr noch irgendeinen anderen Rare braucht, den ihr schwer findet, es gibt da den einen oder anderen, der ein bisschen versteckter ist, schreibt das gerne in die Kommentare, mache ich gerne mal ein Video zu. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, jeden einzelnen Rare zu zeigen, weil die meisten, die laufen hier einfach nur so rum. Und wenn ihr so ein Addon habt, übrigens das heißt Handynotes und dann Nasiata bzw. Mechagon und dann noch Tomcat Tours, dann werden die hier relativ schön angezeigt, auch mit quasi dem Loot. Falls ihr euch das fragt, da seht ihr eigentlich 95% der Rares könnt ihr so holen, die anderen 5%, die sind ein bisschen trickier, wie der zum Beispiel. Gut, das war es. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!